Hey Leute, heute mit einem neuen Grundlagenvideo zum Thema No Contact. Und zwar mit einem der leidigsten Themen, die ich immer wieder zugespielt bekomme. Aber es gibt wohl einen Grund dafür, dass ihr euch so stark dafür interessiert und euren Fokus so stark darauf richtet. Nämlich, meine Ex hat mich blockiert. Was soll ich tun? Wie kann ich sie zurückbekommen? Wie kann ich das umgehen? Und so weiter und so fort. Alles, was mit dem Blockieren zu tun hat. Oder auch, meine Ex hat mich entblockiert. Was hat das zu bedeuten? Erstmal der Block. Das ist ein ganz offensichtliches Zeichen dafür, dass eure Ex sich im Moment gerade nicht mit euch auseinandersetzen will. Es kann bedeuten, das ist schon eher so das Negativ-Extremen. Es kann bedeuten, dass sie einen neuen hat und sich das nicht kaputt machen lassen will, indem ihr euch vielleicht meldet und er es auf dem Handy sieht. Es könnte sein, dass ihr ihr auf den Sack gegangen seid. Dass ihr immer wieder versucht habt, sie zu überzeugen, jetzt doch wieder in die Beziehung zurückzukommen. Es kann auch einfach aus einer Laune heraus passiert sein. Es kann sein, dass sie einfach so drauf ist und es immer so handhabt. Letztendlich ist die Trennung da. Und das ist das große Ganze, was man im Blick haben muss. Denn alles, was nach der Trennung auf ihrer Seite passiert, ist irrelevant. Vollkommen irrelevant. Ihr könnt es nicht beeinflussen. Zumindest nicht zum Positiven hin. Natürlich könnte man versuchen, das immer wieder zu umgehen. Aber damit macht man die Person nur noch wütender auf sich. Und dadurch wird sie euch gegenüber kälter auftreten und immer heftiger ihre Meinung vertreten. Also ihr macht euch damit nicht gerade beliebt. Jetzt ist das Ziel aber auch nicht, sich beliebt bei der Ex zu machen. Das heißt, eure Handlung, so oder so, die ist nicht erforderlich. Ihr müsst diesen Block nicht umgehen, wenn es der Fall ist. Genauso wenig wie es erforderlich ist, dass ihr irgendwas gegen die Trennung tut. Denn alles, was jetzt im Moment gerade passiert, passiert vom Status des Ex aus. Also immer, wenn ihr euch melden werdet, wird das Erste, was bei ihr im Kopf aufploppt, sein, oh mein Ex, was will der jetzt? Und wenn sie euch dann auch noch so ein Zeichen gegeben hat, dass sie keinen Kontakt möchte und euch blockiert hat, egal ob auf einer Plattform oder auf mehreren, ja, im schlimmsten Fall ist es einfach nur die Suche nach Aufmerksamkeit und schauen, ob ihr darauf reagiert oder emotional werdet. Das ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn ihr euch darauf meldet. Daher beim Blockieren immer, Faustregel, nicht reagieren. Auf gar keinen Fall. Ja, das ist, das ist das Allerwichtigste. Dann, warum hat sie das gemacht? Ich habe die Gründe vorhin schon mal so ein bisschen aufgelistet, ja, es kann alles und nichts sein. Es kann ihr an dem Tag schlecht gehen, ihr Kanarienvogel kann gestorben sein, sie kann, ja, keine Ahnung, irgendjemanden auf Social Media gesehen haben, den angeschrieben haben, er hat zurückgeschrieben und sie denkt sich jetzt, oh toll, ich bekomme von dem Aufmerksamkeit, ich brauche ja seine nicht mehr. So, blockiert. Heißt es, dass es für immer ist? Nicht unbedingt. Kurze Info an der Stelle. Du willst deine Ex zurück oder endlich glückliche, nachhaltige Beziehungen führen? Genau dahin bringen wir die Leute in unserem mehrmonatigen Coaching-Programm. Wenn die Themen loslassen, Frame-Aufbau, Persönlichkeitsentwicklung, Erfolg und Glück im eigenen Leben dich ansprechen, ja, dann melde dich unter www.hatubiament.de zum Erstgespräch an, in dem wir dann zusammen rausfinden, wie wir dich weiterbringen können. Das wär's schon. Weiter mit dem Video. Heißt es, dass es für immer sein könnte? Ja, natürlich. Genau wie die Trennung für immer sein könnte. Wir sprechen hier immer von der bestmöglichen Positionierung für Ex zurück, wenn wir denn darüber sprechen. Und in dem Fall ist es so, eure bestmögliche Positionierung ist der Fokus auf euch und No Contact. Egal ob blockiert oder nicht. Auch wenn es euch so vorkommt, als wärt ihr jetzt in einer schlechteren Position insgesamt. Wie gesagt, es kann auch genauso gut an ihr liegen oder ihrem Leben, ihrem Alltag oder sonst was. Ihr müsst da nicht unbedingt was verbrochen haben und es ist auch nicht aller Tage Abend. Also lasst euch davon nicht so sehr runterziehen. Es ist ein Druck auf eine Taste. Und mit einem Druck auf eine Taste kann es auch wieder rückgängig gemacht werden. Ihr denkt aber eben gerade falsch rum. Ihr denkt, die Chance ist weg, weil ihr geblockt seid. Dabei seid ihr geblockt, weil sie gerade einfach nicht in der richtigen Stimmung ist. Und bei Frauen ist es üblicherweise so, wie oft ich es auch schon gesagt habe, ja, die Gefühle einer Frau sind wie die Wolken am Himmel. Sie ziehen vorbei. Eine Frau lebt im hier und jetzt, im Moment, im Gefühl. Und dementsprechend handelt sie auch. Das heißt, wenn sie euch jetzt gerade hasst wie die Pest, dann heißt es nicht, dass das in ein paar Monaten noch so sein muss. Oder wenn sie euch jetzt gerade liebt, ich glaube, das ist das bessere Beispiel, dann heißt das nicht, dass das morgen oder in der Woche noch der Fall sein muss. Zweifel, Druck und so weiter können dagegen sprechen, dagegen spielen. Das heißt, ihr müsst immer auf den Moment achten, wenn es um die Frau geht. Jetzt gerade hat sie mich blockiert. Das ist die richtige Herangehensweise. Jetzt gerade kann ich nichts tun. Jetzt gerade kann ich meine Zeit besser nutzen, nämlich für mich selbst. Wenn du in diesem verdammten Gefühl drin bleibst und zwar dadurch, dass deine Handlungen deinem Gefühl entsprechen. Dein Gefühl sagt dir, hey, sie hat dich blockiert. Was kann das für Gründe haben? Was kannst du dagegen tun? Was kannst du machen? Schon bist du in der Gedankenspirale drin. Das heißt, du hast gemacht, was das Gefühl gesagt hat. Das Gefühl lenkt dich. Das Gefühl kontrolliert dich. Wenn das der Fall ist, dann versinkst du in dieser Gedankenspirale. Dann kommst du da nicht mehr raus. Dann hast du den Fokus nicht auf dir, sondern auf ihr oder generell im Außen. Und genau das wird sich wieder auf deinen Selbstwert auswirken. Warum kann sie das mit mir machen? Warum ich? Bin ich nicht gut genug? Und so weiter und so fort. Du siehst, das ist genau die falsche Richtung, in die es gehen kann. Die richtige Richtung ist zu erkennen, es ist, wie es ist. Und das Blocken, das ist auch nichts anderes, als sich zu trennen. Das ist einfach nur eine erhöhte Konsequenz des Ganzen. Dich zu blocken hat gerade keine Auswirkungen auf deine Handhabe mit der Situation. Du bist die ganze Zeit schon in eine gewisse Richtung gegangen oder gefallen. Vielleicht ging es dir Tagesform abhängig mal besser, mal schlechter. Aber gerade dieses Auf und Ab macht uns ja emotional anfälliger für solche Geschichten, für solche einzelnen Aktionen, die so reinhauen, dass wir dem Emotionalen eher nachgeben und uns dann weiter in dieses Negative reinbegeben dadurch. Also das darf nicht passieren. Das Allerwichtigste ist, dass deine Handlungen auch dein Mindset bestimmen und zwar dein langfristiges Mindset. Es muss nicht immer so sein, dass du da unbedingt direkt rauskommst, dass du es unbedingt direkt bemerkst. Das sind Dinge, die du an dir mit der Zeit verbessern kannst. Selbstwahrnehmung, Präsenz, im Moment sein. Die Dinge fühlen, wenn sie gerade in dir passieren. Das sind Dinge, denen man sich steigern kann. Meditation, Dinge bewusster wahrnehmen und so weiter und so fort. Die innere Ruhe einfach mal wirklich bekommen mit der Zeit. Darauf hinarbeiten. Aber das wird man nicht erreichen, indem man permanent von der Ex getriggert wird. Durch genau solche Geschichten, die jetzt im Moment gerade gar nichts bedeuten und die nur dafür sorgen, dass der eigene Kopf in gewisse Richtungen abdriftet und man ihn nicht mehr aufhält. Das ist aufzuhalten. Durch Aktionen, die man selber startet. Mit denen man sich, wie gesagt, ablenkt. Es geht nicht um die Ablenkung per se. Es geht darum, das nicht weiter auszuführen. Nicht die Handlung auf das Gefühl folgen zu lassen, die das Gefühl will. Denn das Gefühl ist nur entstanden, weil du in dieser Situation bist. Es kennt es gar nicht anders. Du sabotierst dich damit selber. Der Block hat keinen Wert. Weder positiv noch negativ. Da ist irgendwas passiert. Das heißt aber nicht, dass es in einem Monat immer noch so ist. Und wenn du entblockiert wirst, dann bedeutet das nicht sofort, dass du dich zu melden hast oder dass sie darauf wartet, dass du dich meldest. Dann ist es auch egal, wenn sie dich wieder blockt. Denn sie ist nicht über die Linie drüber geschritten, die dir was bringt. Womit du arbeiten kannst. Wo ihr wieder auf eine gemeinsame Beziehung rauskommen könntet. Also mach dir keinen Kopf um solchen kleinen Scheiß. Den kriegst du am besten gar nicht mit. Deswegen auch das letzte Video. No Contact und Social Media vertragen sich nicht. Wenn du immer hinterher bist, immer neue Infos bekommst, wie beispielsweise, dass du geblockt bist, stellt sich mir natürlich die Frage, wieso bist du nicht in No Contact? Wieso setzt du es nicht so um, wie du es umsetzen musst, um da so schnell wie möglich rauszukommen. Um so schnell wie möglich wieder wirklich attraktiv werden zu können. Denn stell dir mal vor, die entblockiert dich und steht vor deiner Tür. Die kratzt daran, die geht auf die Knie, die weint, die will dich unbedingt zurück. Und dann bist du nicht bereit. Das ist der Witz dabei. Dass die Leute nicht verstehen, dass sie vor sich selber weit genug kommen müssen, um so eine Chance überhaupt nutzen zu können. Die Chance alleine bringt dir nichts, wenn du im Hier und Jetzt in solchen Gedanken versinkst, wie sie hat mich blockiert. Was will sie mir damit sagen? Was hat das zu bedeuten? Und so weiter. Die Antwort wirst du nie bekommen. Die wirkliche Antwort, was sie in dem Moment fühlt, was sie dazu bringt, dich zu blockieren. Wie das Ganze weitergeht und so weiter. Du müsstest eine Kamera in ihrem Hirn platziert haben, um das zu wissen. Das weiß sie möglicherweise bewusst noch nicht mal wirklich selber. Also mach dir keine Gedanken um Dinge, die du sowieso niemals rausfinden wirst, sondern warte auf den Moment, wo du wirklich was bewirken kannst. Wo du wirklich, wo deine Entwicklung wirklich Auswirkungen hat. Und konzentriere dich jetzt auf die Entwicklung. Wenn du Hilfe dabei brauchst, www.h2bmn.de und melde dich zum kostenlosen Erstgespräch an. Nur dann kann ich dir wirklich individuell dabei weiterhelfen. Macht's gut und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.